Hallöchen liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Abonnenten und liebe Abonnentinnen und willkommen zu meinem 200 Abonnenten Special auf dem Kanal von Jabalz und LP. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist das Special endlich raus und ihr könnt es euch endlich ansehen. Mir liegt das sehr am Herzen, vielleicht enttäuscht es den einen oder anderen, aber ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich. Und erstmal möchte ich mich natürlich wieder bei allen von euch bedanken, alle die meine Videos kommentieren, favorisieren, liken, die meine Videos verbreiten, die die anderen Leuten empfehlen, die sich die komplett ansehen, die bei meinen Projekten aktiv mitwirken, den Leuten aus der Donnerfor-Konfi, dem Herr Unnerbaren, der mir ganz viel assistiert bei zum Beispiel dem Donnerfor-Turnier, mit dem ich das ja zusammen mache. Danke an euch alle, ihr seid mir unglaublich wichtig und ich hoffe, dass ich noch ganz viel weitermachen kann und ihr mich die ganze Zeit unterstützt und ihr mir die ganze Zeit nettes Feedback gebt. An alle, die mich kritisieren, konstruktiv, danke, danke, danke. Danke. Ich möchte jetzt auch gar nicht mal lange um den heißen Brei herumreden. Was ist dieses Special? Als Special öffne ich einen neuen Kanal auf YouTube. Dieser Kanal heißt JavaX Chaos. So, mein alter Kanal bleibt aktiv, da gibt es weiterhin Let's Plays. Vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig, aber es wird auf jeden Fall Let's Plays geben. Auf dem neuen Kanal, und das ist das wirklich interessante, wird es diverse andere Projekte von mir geben. Das können Grafikarbeiten sein, das können Musikprojekte sein. Zum Beispiel im Hintergrund hört ihr jetzt schon einen Song. Den habe ich komplett selber produziert, aufgenommen. Also das stammt komplett von mir und ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen was weitermachen kann. Vielleicht gibt es mal Real-Life-Videos von mir, so Vlogs und ähnliches. Vielleicht gibt es mal Industrial-Tanz-Videos von mir. Ich weiß es noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall ganz viel da. Und ich hoffe, dass ihr euch auch alle so ein bisschen für mich interessiert. Und dann solltet ihr diesen Kanal mal abonnieren oder da zumindest schon mal vorbeischauen. Online ist da bereits ein Video, wo ich den Kanal vorstelle. Da sieht man schon so ein bisschen Einweg in die Projekte, die da noch so kommen sollen. Wie gesagt, guckt mal vorbei, würde mich unglaublich freuen. Link natürlich in der Videobeschreibung und auf meinem eigenen Kanal wird der Kanal jetzt auch verlinkt. Der ist auch schon ein paar Tage online und deswegen hat er auch schon ein paar Videoaufruf von ein paar Abonnenten, aber noch nicht viel. Ich bin mal gespannt, wie viele von meinen Abonnenten sich überhaupt so für mich interessieren und da mal vorbeischauen. Mich würde das sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und das Ganze wird, wie gesagt, neben Java halt zum LP laufen. Es wird da sicherlich auch mal Gamevideos geben, also was so das Zocken angeht und so. Aber halt nicht so im Let's Play Sinne. Vielleicht wird es da Commentaries geben, vielleicht wird es da Videobearbeitungsprojekte geben. Also ganz viel interessantes Zeug. Wie gesagt, Vlogs und sowas könnten da auch mal kommen. Das Ganze mache ich jetzt nicht, weil ich unbedingt Geld verdienen will oder so. Das ist totaler Quatsch. Monetarisieren kommt für mich fürs Erste nicht in Frage, genauso wenig wie eine YouTube-Partnerschaft. Sondern ich mache einen zweiten Kanal, damit ich den Leuten, die nur Let's Plays gucken wollen, nicht alles zuspammen. Und andererseits die Leute, die nicht so auf Let's Plays abfahren, sich nicht irgendwann denken, boah, ich abonniere den Kanal jetzt. Der macht zwar gute Videos, aber die ganzen Let's Plays gehen mir auf die Nerven. Deswegen gibt es einen zweiten Kanal von mir mit der ID JavaXChaos. Java steht dabei. Natürlich wieder Java Heizung LP für meine alte Age of Empires Abkürzung. Wer das noch nicht kennt, sollte sich mal das erste Video auf dem Kanal Java Heizung LP ansehen. Das Chaos ist eine Anspielung auf das Chaos. Halt das Chaos auf meinem Schreibtisch. Das Chaos, was ja teilweise als Hexerei angesehen wird. Das Chaos aus Dawn of War. All das, das finde ich, ist ein tolles Motiv und deswegen möchte ich das verwenden. Und ich denke, das wird sich auch in meinem Tanzstil irgendwo finden lassen. Ich weiß nicht, wer von euch mit Industrial-Tanzvideos schon vertraut ist, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Wie gesagt, ein bisschen was zu sehen gibt es auch schon in dem Vorstellungsvideo. Guckt einfach mal vorbei. Ich hoffe, der Song hier im Hintergrund gefällt euch. Wenn ihr so eine Musik an sich mögt, könnt ihr da auch mal vorbeigucken. Ich werde da verschiedene Künstler präsentieren mit der Einwilligung von denen. Lyrics-Videos wird es da geben. Also alles, was so mein privates Umfeld angeht und was auch mein Online-Umfeld angeht, wird da auf jeden Fall auch deutlich durchkommen. Anders als bei Java-Heizung LP. Das wäre es jetzt auch schon mit dem Ambo-Special. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich hoffe, dass mein neuer Kanal, mein Sekundärkanal, vielleicht auch mein Primärkanal, ein paar Zuschauer kriegt. Ansonsten starte ich mit dem Kanal irgendwie ja bei Null, genauso wie damals mit meinem Let's Play-Kanal und man sieht, was draus geworden ist. 200 Abonnenten, 90.000 Videoaufrufe. Fett, fett, fett. Danke an euch alle. Ich freue mich unglaublich, dass ihr an meinen Videos Spaß habt und solange das der Fall ist, werde ich das auch weitermachen. Danke an meine Freundin, die mich da immer unterstützt. Danke an alle Leute, die mich online irgendwie unterstützen und die sich irgendwie für mich interessieren. Ihr seid die Besten und für euch mache ich das und ohne euch würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Bleibt mir treu. Ich hoffe, ich kann euch weiterhin einigermaßen unterhalten. Danke fürs Zuhören. Klickt in der Videobeschreibung, um zu meinem neuen Kanal zu kommen, um zu meinem zweiten Kanal zu kommen. Eigentlich ist es ja schon der dritte, aber Cashmoneyfan94 ist ja schon ziemlich tot. Klickt, klickt, klickt. Dann dadurch werde ich beliebter. Nein, klickt, denn ich hoffe, die Sachen, die da sind, gefallen euch. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Und wir hören uns in einem zukünftigen Let's Play-Part. Und vielleicht hört ihr mich ja auch mal auf meinem neuen Kanal. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es schon mal erwähnt. Neuer Kanal, ja, bei X-Chaos. So, genug Eigenwerbung. Danke. Demnächst geht es weiter mit Darksiders. Demnächst geht es weiter mit Mario & Luigi Superstar Saga. Das Don't Know Fortuny wird demnächst endlich abgeschlossen. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein paar alte Binding of Isaac Videos geben. Wir werden sehen. Dazu gibt es dann auf jeden Fall aber auch nochmal ein Infovideo. Ich setze mich jetzt wieder dran und schneide dieses Video jetzt endlich mal zu Ende. Nachdem ich viel Zeit in den Song investiert habe und in das Infovideo für meinen neuen Kanal. Ja. Danke fürs Zusehen. Zum wievielten Mal auch immer. Und schön, schön. Gut. Vielen Dank.